Also ich habe hier folgendes entdeckt, ein Plakat der städtischen Antifa-Gruppe-Initiative, nochmal im Groß, und zwar das Graffiti auf dem Elektrokasten hier und gleich die Anleitung durch die Stadt Mannheim, wo wir das lernen können. Und hier am 19. September lernen wir, wie das genau geht. Danke. Jürgen Felger, Freiheit von Wirtschaft, Information, Meinung. Das Jugendzentrum Mannheim Friedrich Dürr erhält jährlich sechsstellige Direktzahlungen und völlig mietfreies Areal für Graffiti-Workshops und ähnliches. Untertitelung des ZDF für funk, 2017